Welche Bedeutung hat die Grüne Woche für Sachsen-Anhalt? Die Grüne Woche ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Jahr überhaupt für uns. Die Ernährungswirtschaft ist die bedeutendste Branche, die wir haben. Wir haben über 20.000 Beschäftigte und das ist ein Volumen, was kaum ein anderes Bundesland anteilsmäßig aufweist. Welche Veränderungen erwartet die Besucher in diesem Jahr in der Sachsen-Anhalt-Halle? Wir haben auf dieser Grünen Woche alle Unternehmen in einer Halle untergebracht. Dadurch sind wir als Sachsen-Anhalt so kompakt vertreten, dass wir auf jeden Fall eine gute Publikumsresonanz verspüren. Die Halle ist voll, es tobt richtiggehend im Hintergrund. 81 Unternehmen zeigen sich und sechs Landkreise. Solche Zahlen hatten wir noch nie. Und ich glaube, es lohnt sich für jeden, beim nächsten Mal unbedingt die Halle in Sachsen-Anhalt hier auf der Grünen Woche auch entsprechend zu besuchen. Was hat Sie beim Rundgang auf der Grünen Woche besonders beeindruckt? Eigentlich gab es nur Höhepunkte. Es hat überall ganz toll geschmeckt und überall sind auch ganz neue Produkte gezeigt worden. 50 Neuheiten hat Sachsen-Anhalt zu bieten. Das fängt bei der größten Torte an aus dem Burgenlandkreis und dem Saale-Kreis und geht bis hin zu alkoholfreiem Sekt bei Rotkäppchen. Eine Sache, die ich nur empfehlen kann, weil sie für viele Veranstaltungen durchaus dienlich sein kann. Ich bin richtig getroffen. Das ist ein zweist. Ge Rabindale. Und wenn ich mich vergnügen. Wir sehen uns im Büchern, also im Büchern, auch in den USA zu bieten. Ein Hamilton, der Herr von seiner Schubert und Böde.